So, hallo euch allen. Da sind wir wieder zum nächsten Spiel innerhalb der Offense Battles. Diesmal A Luck and a Dread to Rabbit. Unsere Herausforderungsziele, unsere Challenges lauten, wir müssen einen Touchdown Pass in den ersten drei Plays, die wir jetzt gleich haben, werfen. Insgesamt für 150 Yards und wir müssen das Spiel gewinnen. Wir haben Andrew Luck, wenn ich das sehe, als Quarterback. Das ist ja schon mal nicht das Allerschlechteste, weil das Schöne ist, hier ist er gesund, hier hat er eine gesunde Schulter. Aber ich sage muss, bis jetzt sieht es ja auch in der NFL sehr gut aus, dass er gesund bleibt, was ihm echt zu wünschen wäre, dass er das bleibt. Ich kann mich noch an Oliver Luck erinnern, an seinen Vater im Rahmen der NFL Europe, der World League. Die wir, die wir dort hatten, ich hoffe, nicht das richtig im Kopf, war ja bei der Galaxy ja aktiv. Aber das waren schöne Zeiten damals. Lange, lange her. Und jetzt müssen wir erst mal sehen, dass wir ja diese Challenge hier über den Boden kriegen. Also wichtig ist, die erste ist wieder das Wichtigste, den Touchdown Pass, den wir in drei Spielzügen erzielen müssen. Die 150 Yards, da mache ich mir, je nachdem wie viel Zeit wir jetzt auf der Uhr haben, wenig Gedanken drum und das Spiel gewinnen wollen wir sowieso. So, was haben wir für eine Konstellation? Das sieht doch, ups, das war der falsche Button. So, das sieht doch ganz gut aus. Das heißt, wir liegen mit einem Punkt hinten, haben einen ersten Versuch an der 35 Yard Linie. Haben uns jetzt gleich drei Pässe Zeit dafür in die Endzone zu kommen. Haben drei Minuten Zeit im dritten Viertel. Das heißt, ich switche jetzt noch nicht in eine No-Huddle-Offense. Wir müssen uns jetzt sagen, ich werde mir gleich Spielzüge, ich würde versuchen, bei jedem dieser ersten Spielzüge in die Endzone zu gehen. Schau mal, was mein Coach mehr, auch hier, wie gesagt, hier kann ich mit der Taktik diesmal nicht viel anfangen, mit diesem Wechsel, aber kein normales, vollständiges Football-Spiel haben. Da ist aber auch nichts Vernünftiges dabei. Weil wir nehmen den Winkel. So. Hopkins und Elliot als mögliche Receiver. Ich werde mich auf Hopkins versuchen zu konzentrieren. Kann ich nicht. Ich muss auf Elliot gehen. Elliot ist frei. Sehr schöner Spielzug. Sehr, sehr gut. Da haben wir schon mit einem dem ersten Pass 32 Yards gemacht. Hopkins war komplett zu. Ich habe dann gesehen, dass da eine Lücke ist für Elliot. Da haben wir den Ball reingelegt. Und das hat funktioniert. So, jetzt sind wir. Haben wir First and Goal an der Dreijahr-Linie. Die Option jetzt, in die Endzone zu laufen, wie ich es ja sehr, sehr gerne mit meinem Quarterback gerade mache, kann ich ja hier vergessen. Ich muss in die Endzone kommen, aber per Pass. Keine Chance, Tate war gerade dabei, sich frei zu laufen, aber da wurde ich schon von Terrell Sucks in den Boden gerammt. Das ist, glaube ich, genau die richtige Bezeichnung dafür. Das heißt, wenn ich Terrell Sucks, dann würde ich mal sagen, spiele ich hier gerade gegen die Black Knights mit Spielern der Baltimore Ravens. So, Hopkins und Owens als Receiver. Zweiter. Und Goal. Das ist mein... Oh, oh, oh. Shen Shab war frei, aber da habe ich nicht viel Druck hinter dem Pass bekommen. Ja, damit haben wir das leider versägt, weil wir haben ja nur drei Plays. Das habe ich jetzt nämlich vergessen. Also, Restart. Wir gehen neu rein. Alles wie gehabt. Unser schöner erster Pass, den wir da haben, ist leider komplett Makulatur geworden. Es geht wieder komplett von vorne los. Skinny Posts wählen wir. So, das heißt, Hopkins und Owens als Receiver. Wir haben nur einen Safety da hinten. Das heißt, einer von den beiden wird den Pall auf jeden Fall bekommen. Aber die Frage ist nur wer. Schauen wir mal, der Safety geht ein. Das heißt, ich gehe auf Hopkins. Der tankt sich durch. Immer noch auf den Beinen. Immer noch im Tankmodus. Das sehen wir an der 4-Yard-Linie. Ich erkenne gewisse Parallelen. So. Erster Spielzug. So, jetzt haben wir den zweiten Spielzug. Wir wählen einen Stick-Spielzug aus. Wir wollen hoffen, dass wir nicht wieder gleich in den Boden gerammt werden. Deswegen werde ich jetzt auch eine Max-Protection ausnehmen bei dem Quarterback. Das heißt, meinen Running Back rufe ich zurück. Oh, da ist Sharp frei. Da ist mein Tight End frei. Habe ich gedacht zumindest. Frei war er. Aber der Passweg war nicht frei. Das ist doch ein Best-of. Trevitan, den ich eben gesehen habe. Der spielt doch bei den Chicago Beers. Da ist es ja doch gemischt. Das heißt, wir haben einen zweiten Versuch und ein Goal. Aber es ist dann unser dritter Versuch, mit dem wir in die Endzone kommen müssen, um den Touchdown zu erzielen. Das heißt, wir müssen jetzt in die Endzone werfen. Auf, Teufel, komm raus. So, Ones ist frei. Da ist der Touchdown. Da war eine Riesenlücke. So, da haben wir das Wichtigste, das Schwierigste eigentlich schon erledigt damit. Wir müssten jetzt noch 115 Yards durch die Luft gehen. Da mache ich mir eigentlich relativ wenig Sorgen drum. Da haben wir noch gut viel Zeit. Aber 115 Yards heißt quasi, das sind zwei Drives. Das heißt, auch unsere Defense muss jetzt gleich gut performen. Two-Minute-Warning, äh, Two-Minute-Warning, Two-Point-Conversion. Versuche ich selbst zu gehen, komme nicht rein. Ich vergesse mich, ich habe ja nicht, ich habe ja nicht meinen Stamm-Quarterback, meinen Deck Prescott. Stimmt, sagen wir jetzt diesmal Andrew Luck. Ein toller Quarterback, aber das ist natürlich vom Scramblen her. Das ist Prescott in der Weit überlegen. So, da kommt der Kick-Off. Wie gesagt, unsere Defense muss mitspielen. Wir müssen auf jeden Fall mindestens zweimal den Ball bekommen. Also zwei vollständige Drives von relativ weit hinten. Aber erst mal haben die London Black Knights den Ball. So, wie haben wir den da als Quarterback? Da bin ich natürlich mal gespannt. So, Strategie, wir blitzen den ersten Versuch. Dann sind es... Ach, entschuldige, ich habe mich eben... Ich habe ja so gesagt, wir sind... Ich sehe Flacco, das heißt, das sind die... Die Borderlands. Schöner noch, aber Howard spielt doch... Das ist wirklich, das ist hier durcheinander gemischt. Weil Howard spielt bei den Bias, da bin ich mir genauso sicher. So, 2. und 6. Sag mal so, es ist jetzt mal egal, wer der Gegner ist. Wir wollen die... Wir haben hier eine Aufgabe zu erfüllen. Und das versuchen wir jetzt mal umzusetzen. Ein vollständiger Pass von Flacco. Ein neuer erster Versuch für die London Black Knights. Ich werde nachher auf jeden Fall in eine No-Huddle-Offense wechseln müssen. Sonst kriegen wir hier ein Zeitproblem. Weil die geforderten Jatsen durch die Luft zu bringen, das ist schon eine Nummer. So, wieder Flacco. Da haben wir eine Flagge. Vollstart. Weil ich habe... Ja, so ist es. So, 1. und 15. Da tut man seiner... seiner Aufhörens nie einen Gefallen mit. Das sind 5 Jats, die echt doof sind. Gerade für die... Für die... Gut, das ist ja die A, das Auswärtsteam. Da kann das nochmal eher passieren beim Heimteam. Flacco. Flacco. Boah, sehr schön. Die Marcos Ware mit dem Sack. Allerdings, das war nicht nur ein Sack, hat glaube ich auch noch versucht, Flacco den Kopf abzureißen, so wie es aussah. 2. und 24. Also wir gehen jetzt in eine Cover vor. Und schauen mal, was die Dampen Blackguides daraus jetzt machen. Schöner Lauf von Howard. Der ist immer noch auf den Beinen. Kann ihn mal einer berühren. Freunde der Nacht. Meine Güte. Da sahen wir aber nicht gut aus. 3. und 13. Hier sind eine Cover 3. Das heißt, 4 Leute, die ich in die zweite Linie setze. Einfach nur, damit so etwas mit Howard jetzt gerade eben nicht nochmal passiert. Wieder viel Druck. Incomplete, das war ein Screen Pass, der geplant war. Unvollständiger Versuch. Das war das Ende des dritten Quarters, wenn ich es richtig gesehen habe. Genau so ist es. Das heißt, wir sind jetzt im vierten Quarter und da sieht man jetzt schon das Problem, was wir bekommen. Boah, die gehen den. Cover nein. Ich werde Probleme kriegen, meine Jarts voll zu kriegen. Fleckow wirft und der Ball ist complete. Jetzt geht natürlich noch mehr Zeit von der Uhr. Oh, das wird eine ganz enge Nummer. Also nicht was den Sieg angeht, sondern was die geforderten Passing Yards angeht. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Das ist alles Zeit, die uns fehlt. Ich komme wieder nicht durch auf Fleckow. Neuer First Down. Wieder läuft die Zeit. Da sind wir gleich schon in der 2-Minute Warning. Nicht gut. Hier passieren Dinge, die nicht gut sind. So, da sind wir im 2-Minute Warning. Den Spielzug auswählen. Hätte ich mir quasi auch sparen können. So. Wir gehen in eine Cover 3. Fleckow nimmt uns hier wirklich nach allen Regeln der Kunst auseinander. Wir brauchen den Ball. Mit Sicherheit wieder ein Fallstart. Wir wissen alle, dass Juck die London Black Knights überhaupt nicht. Das hat sie eben auch nicht genutzt. Wir gehen in eine Cover 4. First and 15. Wieder kaum Druck auf Fleckow. Vollständiger Pass. Ruhr läuft weiter. Jetzt gehen sie aber in eine No-Huddle-Offense. weiter und 10. Wieder vollständiger Pass. Wieder läuft die Uhr weiter. Ich blitze over Storm Brave. Dritter Versuch und 3. Ja, und Touchdown landen Black Knights. Jetzt fliegen wir sogar zurück. Also das Spiel läuft. Alles, was in einem in diesem Challenge-Spiel schlecht laufen kann, läuft hier gerade schlecht. So, Two-Point-Conversion. Ja, Fleckow hat der hinten Zeit. Der kann sich noch ein Butterbrot machen. Ja, er wird immer noch nicht. Das ist unfassbar. Unfassbar schlechtes Defense-Verhalten. So. Die Landen Black Knights sind in Führung. Wir haben noch 1,28 auf der Uhr. Wir müssen jetzt etwas machen. Ach, wir haben ja auch Luck als Quarterback. Fällt mir da ein. So, ich werde hier gar nicht link groß retournieren. Ich brauche ja Passing Yards. Das heißt, ich fange jetzt an der eigenen Ein-Yard-Linie an. Und werde versuchen, den Ball hier rauszuhauen. Four Verticals geht genau in meine Richtung. Max Protection. So, ich gehe auf Hopkins. Ich gehe auf Sharp. Ich gehe auf Owens. Wir müssen Passing Yards machen. Los geht's. So, Sharp hat den Ball. No Huddle Offense. Kommt, Jungs. So, noch 90 Yards, die wir benötigen. So, gleiches Spiel wieder. Ich gehe wieder auf Sharp. Und da hätte ich fast eine Interception bekommen. Da waren alle Receiver sehr, sehr gut abgedeckt. So, was wählen wir jetzt aus? Ich habe schon einen Favoriten, den ich da eben gesehen habe. Ja, die Double Slants. Ganz einfach. Ich möchte warten, bis Owens und Hopkins drüben auf der rechten Seite angekommen sind. Damit sie die Reception machen können und ich ins Aus laufen kann. Ich habe nämlich das Gefühl, wie gesagt, ich werde noch einen weiteren Drive benötigen. Der Pass. Ah, ich musste werfen. Auf Owens. Das sind normalerweise Situationen, da würde ich laufen. Da würde ich mir den Ball unter den Armen packen und würde Gas geben. Aber das kann ich hier ja nicht. Ich muss ja passen. Dritter und Zehn. So, Sharp. Meine Hauptanspielstation. Elliott ist auch noch eine Option. Wir schauen mal. Oh, da sind alle Receiver frei, die wir von der linken Seite rüberkamen. Wir gehen wieder in die No-Huddle-Offense hinein. Wählen den Tight End in Spielzug aus. Ich schaue mir an, wie frei gegebenenfalls Owens ist. Leider nicht sehr frei. Ich versuche, auf den Running Back zu gehen. Ah, je, je, je. Das ist ein Ritt auf der Rasierklinge, was wir hier machen. Four verticals. Wir haben nur noch 34 Sekunden auf der Uhr. So, Hopkins, Owens und Sharp. Wir müssen jetzt die langen Dinge raushauen. Das geht nicht mehr anders. So, Passversuch auf Owens. Terrell Owens hat den Ball. Ich nehme meine Auszeit. Ich muss jetzt mit Auszeiten arbeiten. Ich muss hoffen, dass ich den Ball nochmal irgendwie gleich zurückbekomme. Und ich muss in die Endzone. Das dürfen wir nicht vergessen. 14 Yards haben wir aber noch zu gehen. Wir nehmen den Flutspielzug. Die Zeit läuft mir davon. Die Zeit läuft mir davon. So. Sharp und Owens meine Anspielstriktionen. Ich gehe auf Sharp. Der kommt nicht in die Endzone. Das gibt es nicht. Wir sind an der einen Yardlinie. Jetzt hast du schon wieder eine Auszeit gekostet. Luck läuft in die Endzone. Kann ich mir jetzt erlauben. Ich habe mir den einen Tag schon erzielt. Aber nur noch 17 Sekunden auf der Uhr. Mann, 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 Mann. Ich muss jetzt gleich etwas sehr kurioses probieren. Ich muss jetzt gleich eine Two-Point-Conversion probieren. Ich muss jetzt gleich einen On-Side-Kick probieren. Damit ich versuchen kann, wieder in den Ballbesitz zu kommen. Was nicht gelingt, Ballbesitz der London Black Knights. 16 Sekunden. Da brauche ich einen Turnover, sonst kann ich das nicht mehr schaffen. Man up three deep. Das ist vielleicht nicht das verkehrteste, was jetzt kommt. Da habe ich vielleicht wirklich die Chance auf die Interception. So, er wirft. Da ist die Interception. Wie bestellt und nicht abgeholt. Shinuri Abusie mit der Interception. So, jetzt sieht die Sache natürlich schon wieder ein bisschen anders aus. Wir brauchen noch Yards. Das haben wir eben gesehen. Wir sind Shallow-Cross-Spielzug aus. Wir haben noch 11 Sekunden Zeit. Ich denke, 99 haben wir irgendwann geworfen. Das ist um die 25 Yards, glaube ich. Wir haben noch eine Auszeit. Schöner, langer Pass. So, ich nehme mal direkt die Auszeit, weil ich jetzt gerade nicht weiß, ob das schon gereicht hat. Und deswegen legen wir noch einen Sicherheitspass oben drauf. Also, sprich, einen Double-Slam. Ich versuche mit Awns noch Yards zu machen, auf der äußeren Seite. Was nicht gelingt. Jetzt kann ich nur hoffen, dass das gereicht hat. Hat es gereicht? Es hat gereicht. Damit haben wir die Challenge erfüllt. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.